Darf ich Wikipedia-Sachen in einer wissenschaftlichen Arbeit für die Schule zitieren? Ja oder nein? Ich erkläre es mal. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Begriff Einsamkeit, ist gerade so mein Thema, wenn ich mich da beschäftige, ist der Wiki-Artikel wirklich gut, weil hier, das ist oben aus Wiki, da gibt es hier so einen kleinen Einser und das verweist nach unten und dann habe ich hier eine Quelle, die meistens, nicht immer, aber oft sehr gut ist. Und dann zitiere ich nicht direkt Wikipedia, sondern zitiere jetzt spektrum.de. Das wäre zum Beispiel was Zitierfähiges. Ein Problem ist jetzt, nehmen wir die Quelle 2 und so weiter, eine empirische Analyse, klingt sehr wissenschaftlich, was ist, wenn ich das nicht finde? Dies Ding finde ich nicht, darf ich dann direkt Wiki zitieren und ich mache hier ein Fragezeichen. Besprecht das mit dem Menschen, der diese Arbeit bewerten wird. Also ich würde sagen, mal so, mal so, für manche geht Wikipedia nie. Ein Beispiel zum Beispiel, wo ich es erlauben würde, jetzt habe ich hier die USA und wenn es um Daten geht, also die Einwohnerzahl der USA, also ich persönlich würde sagen, laut Wiki ist das so viel. Andere würden sagen, nein, unbedingt diese Originalquelle. Ja, und ich denke mir, wie wichtig ist das, ja, Bevölkerungsdichte. Die Wahrscheinlichkeit für mich persönlich, dass hier ein Fehler ist, ist bei Wikipedia viel geringer wie bei Büchern. Also hier, für mich wäre Wikipedia zitierfähig, für andere Lehrkräfte oder Professoren gar nicht mit jedem Wiki-Zitat eine Note schlechter. Fragen, ja, da muss man sich dran, das ist einfach so. Verschiedene Leute bewerten das verschieden. Genau.